moin liebe leute wisst ihr was mich manchmal nervt ist dass man dem ein oder anderen kunden gegenüber gar nicht selbstbewusst auftreten kann und dem rüberbringen kann was man drauf hat weil unbescheidenheit vertragen ganz viele menschen einfach in diesem lande nicht du sollst vor allem sympathisch sein die chemie muss stimmen die kompetenz ist dann häufig leider erst zweitrangig weil du kaufst bei jemandem der dir sympathisch ist und dem du vertraust tue ich auch aber warum kann es nicht andersrum sein warum kann ich nicht sagen pass auf ich habe achteinhalb tausend sende minuten beim fernsehen für 21 sender alle erdenklichen formate über 600 firmen videos über 3000 interviews und 200 firmen sind auf der ersten google seite mit unseren filmen warum reicht das nicht überlegt doch mal diese referenzen sagen doch aus dass ich schon etliche sender und formate und firmen in meine hände begeben haben und mir vertraut haben und damit erfolg hatten warum reicht es nicht warum muss ich trotzdem immer der sympathieträger sein jetzt habe ich den vorteil dass ich zum glück tatsächlich ein glücklicher mensch bin der auch mal sein sein späß gemacht und so weiter ja das ist ja schön aber trotzdem ärgert mich das ganz ehrlich dass man am ende kaufen die leute auch bei irgendwelchen vertrieblern nur wenn die gut drauf sind und gut verkauft haben und das produkt ist möglicherweise sogar absolut mies und das finde ich ehrlich gesagt schade ja also es wäre eine gute mischung es geht um kompetenz und es geht natürlich um sympathie und chemie ja das heißt vergesst es nicht mit den ganzen merkmalen und fakten warum ihr was drauf habt das ist leider am ende doch erst zweitrangig ihr müsst erst mal menschlich überzeugen den leuten gutes gefühl geben auch mal sympathisch lustig sein und so dann ist das eis gebrochen und dann dann kommt ihr noch mal mit den entsprechenden fakten und argumenten warum ihr auch von der kompetenz her die richtigen seid das ist tatsächlich die richtige reihenfolge im vertrieb und verkauf heute zumindest nach meiner erfahrung also ich wünsche euch einen sonnigen tag macht's gut